Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit dem Tiger, der total bescheuert aussieht. So brauchst du es sagen. Übrigens, das ist scheiße, dass es grün ist. Ich weiß, man kann da durchgucken. Da kann man jetzt durchgucken. Das ist sehr clever. Nein, es ist nicht Karneval, es ist einfach nur Herr Sofort hat gerade, keine Ahnung. Herr Gleich, ich brauchte eine Brille. Können wir jetzt bitte in den Shop reingehen? Du kannst anfangen, wenn du möchtest. Das ist schlimm. So, Mr. Professor. Oh, ich finde die so schön. Die ist richtig schön. Snowglobe von meiner Seite 10 von 10. Crackshot. Ich würde ihn halt nicht spielen, weil er so groß ist, so unfassbar groß ist. Ich gebe dem vom Aussehen her 6 von 10. Der sehr gehärte Professor. 8 von 10. Cracker Bella. Also ganz ehrlich, ich finde es schlimm. 4 von 10. 7 von 10. What? Okay. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem... Also, als ich den das erste Mal gesehen habe... Ja, aber ganz kurz, sagst du... Geh mal auf Escape. Geh mal da rüber. Crackshot. Nutknacker. A Cracker. Warum nennen sie das Set Nutcracker? Nussknacker. Und ihn, den Nussknacker, nennen sie Crackshot. Tja. So, und das hier... Und unser Fischstäbchen? Da habe ich dann gleich... Ja, die deutsche Version heißt tatsächlich Fischstäbchen. Als ich das Ding gesehen habe, musste ich gleich als allererstes an Admiral Ackbar... Von Star Wars denken. Der Sternflotte. Allerdings muss ich sagen, Admiral Ackbar sieht tausendmal noch besser aus als dieser Fischstick. Also sorry, aber das sieht richtig schlechter. Oh mein Gott. Guck dir mal unten in die Schuhe. Oh Gott, ist das schlecht. 0 von 10. Sorry, das ist... Also das ist wirklich Horror. Horror pur. Was ist denn überhaupt dieses Backpack da hinten? Dieses Backpack. Ja, dieses Backpack. Dieser Backpack. Nein, dieses Backpack. Das Pack. Doch nicht der Pack. Das Pack. Eie, was ist so? Was soll das sein? Keine Ahnung, 0 von 10. Alter, das ist schlimm. 0 von 10. Und siehst du, und das ist das, was ich meine. Es gibt tatsächlich Skins, die sehen schlimmer aus als ein No-Skin. Das ist das beste Beispiel. Fischstick. Das ist der Horror. Nein, nein. Ey, wenn ich das Ding sehe, kriege ich... Da kriege ich das... Da träume ich heute Nacht von. Von dem Teil. Ja. Guck dir das an. Nein, aber ich bin trotzdem ausgeschoben. Nein, der kriegt von mir tatsächlich auch 0 von 10. So. Und das hier Bootstraps. Für fünf von der V-Bucks sieht das immer noch schlimm aus. Ich würde sagen, 2 von 10. Soll überhaupt, dass es nicht gibt. 3 von 10, weil es witzig ist von der Animation. Ja, ich gebe dem 4 von 10. So. Oh! Star Power, oh Gott. Oh mein Gott. Was ist denn heute los? Wollt ihr mich heute total quälen? Das ist jetzt mit so einer Scheiße da. Und da kommt der Star Power. Da kommt das Herz. Ah, nee, das ist das Ding mit dem Herzchen. Äh, so ein Regenbogen. Oh mein Gott. Und, ja, äh, also, was soll ich das sagen? Auch 4 von 10. Was soll ich das sagen? Schlimm, 4 von 10. Alles klar. Hyperion. Hyperion. 2 von 10. Weißt du, und dem gebe ich jetzt 5 von 10. Weil er sieht geschätzte 100.000 Mal besser aus als das Fischstäbchen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Anderen finde ich wenigstens lustig. Roadtrip. Aber da ist kein Pink dabei. Ich gebe dem 5 von 10. So bist du bekloppt. 0 von 10. Sieht scheiße aus. God, 0 von 10. Diesen Skin hast du seit diesem 2. Dieser Skin ist mit einer der schlimmsten Skins, die du dir kaufen kannst. Marine Skin. Der ist so schlecht. Dieser Skin ist so schlecht. 4 von 10. Das ist der schlimmste Skin, den ich beim ganzen Leben gesehen habe. Nein. Doch. Fischstick. Nein. 10 Wurzeln. 8 von 10. Und der B-Hole. Keine weiß. 10% Ja, und der B-Hole trägt von mir auch 8 von 10. Was denn die gekauft und gibt es nur 8 von 10? Ja, ich finde ihn trotzdem ja geil. Okay. Aber er ist jetzt, es ist halt einfach nur eine kurze Bewegung. Er ist aber trotzdem cool. Also wenn euch das heute gefallen hat, ich bin sehr, wenn euch ein Tor freuen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Wenn er gleich, äh, wenn er gleich ist, dann lasst mal ein Like da. Abonniert den Kanal. Schreibt Hashtag Waschi in die Kommentare. Und bis dahin und tschüss.